Da-da! Da-das! Na... Hypno! 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 Hm. Hauf geht's. Keine Hypnose bitte, das wäre unfair. Du erkommst dir. Hygni! Ja, ich hätte ja nicht den Kommen. Das werden wir ja noch sehen. Oh, jetzt habe ich aber Angst. So, das weg. Ich müsste, ich sollte nachsetzen. Nichts Besonderes. Oh. Oh, Blockglück. Du entkommst mir nicht. Ich werde gebrennen. Du entkommst mir nicht. Ich werde dir entkommen. Willst du schon sehen? Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Ich warte ab. Jetzt. Du entkommst mir nicht. So, jetzt wird wieder schön gekontert hier. Du entkommst mir nicht. Scheide, das hat sich nicht viel gebracht. Oh, oh. Ich habe kein... Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ich dachte, ich hätte jetzt nichts zum Maus kontern. Das wäre böse gewesen. Du entkommst mir nicht. Ich entkomme dir. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. So, wir haben ein bisschen Zeit gewonnen hier. So, jetzt heißt es abbauen. Wow. Ich bin wie eine Fünf rein. Und eine kleine Fie dazu. So. Oh. Daneben so. Nein. Der Tropfen steht bloß. Oh, oh, oh. Pfah. Oh. Da hat mich Sabrina doch noch erwischt. Wir sind superklasse. Hm. So, Glück gelaufen. Ja, mit Tastatur schnell spielen ist etwas schwer. Ja. Aber jetzt bin ich wütend, jetzt drehe ich auf. Mahlzeit. Ja, versuch mal den ganzen Mist hier aufzulösen, meine Dame. Oh, 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 die KI wird schon brutal. Aber ich glaube, ich... Ja, jetzt habe ich sie in die Ecke gedrängt. Ich brauche gar nichts mehr tun. Das hast du nun davon. Ja. Leg auch gleich einen bösen Elfer rein. Aber warum auch nicht? Ja, wie gesagt, da hat es zu nichts mehr. Da ist es einfach. Magma. Sieht aus, als würde Magma gerade Schädelbumme einsetzen. Ja, Schädelbumme. Magma. Magma. Oh. Ja. Ja, sogar. So. So, jetzt schnell was nachlegen. Nein, was mache ich da? Okay. Eigenreihe. Ist auch selten. Wenn ich das so klug mache. Jawohl. Wow. So, schnell den Sechser. Auflösen, während es in der Luft ist. Mit dem Ball. Oder auch nicht. Oh, Eis. So, wieder weiter kontern hier. Oh, das hat schon mal funktioniert. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jo, man merkt schon einen Unterschied. Ist ja auch nicht mal die, äh, Stimmen da zu hören, was sie da sagen, wenn sie gewonnen haben. So. So. Besser so. Ich brauch was zum Auflösen. Okay, das kam cool. Alles klar. Nein. Diesmal nicht. So. Oha, da kam was von oben. So, nimm das. Oha, das war klar. Moment. So. So, mal eine Acht. Mal sehen, was sich das bringt. Alles voller Vieren. Und der Fünf. Aber die fangen auch schon mit Kettenkonten an. Aber jetzt. Metall Fünf. Das tut weh. Okay, gut, dass ich den Ball aufgehoben habe. So, Herz. Blatt. Ah, zu langsam, Schall. Ha! So, wieder etwas runterbauen hier. Ja, die halten mich ganz schnell auf Trab. Ja, und sein Magma. Uh, das bleibt oben. Hm. Oh, wie cool. Ja, solche Kämpfe können sich in die Länge ziehen. Gerade jetzt. So, vielleicht habe ich... Ah, kein Block Glück, Schade. Oh, jetzt bewegt es sich. Wow. Oh, das bewegt sich schon so schnell. Oh, Kettensechser. Jawohl. Oh, ein Eisensechser. Der tut auch weh. Oh, das war knapp. So, jetzt bin ich für kurze Zeit wieder sicherer. Wenn auch nur für kurze Zeit. Oh, das war knapp. Weg mit dir. Alles klar. Ja, das wird bei uns beiden knapp. Ups. So. Wieder schön auflösen. Das war zu zeitverzögert für den Sechser. Was ist alles?